Das ist Alexander Knoller aus Glöch, auch ein Lokalhirum im Ford Fusoda. Auch noch ein sehr unbekanntes, unbeschriebenes Blatt. Plan, um Staatsmeisterschaft zu gehen. A, bitte, Jörg Kader, Dankeschön, dass wir auch ein bisschen Wetter reißen sollten. Vielleicht ein leichtes Wiesel. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020